allöchen lieben ein riesen großes herz an euch ich möchte mich erst mal ganz ganz lieb bei euch bedanken für die vielen vielen tollen kommentare ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen diese zu beantworten das wird aber jetzt am wochenende stück für stück passieren jedenfalls dafür fragen sind aber auf jeden fall kriegt ihr ein dankeschön dass ihr mir so liebe worte da gelassen habt wenn ein herz da ist dann habe ich den kommentar auf jeden fall schon gesehen und auch gelesen aber ja manchmal muss man eben hat prioritäten setzen ich danke auch all denen die mir schon die e mail geschickt haben mit wünschen ich werde sehen dass ich die stück für stück daneben halt auch für den shop abarbeiter jetzt möchte ich aber auch gar nicht allzu lange schnacken denn dieses video kommt schon zeitverzögert denn wir haben es jetzt glaube ich schon nach 22 uhr ich musste jetzt aber erst mal in die badewanne um mal kurz runter zu kommen und mich aufzuwärmen mir war nämlich verdammt kalt und ja dann ist eben noch so die sache das drehen an sich und dann eben das bearbeiten und dann eben das rendern und dann das hochladen und das hochladen komischerweise dauert bei youtube jetzt irgendwie bedeutend länger wie vorher ja das habe ich beim letzten shop update schon gemerkt gab das sollte eigentlich schon um acht uhr online kommen aber das wurde dann auch erst irgendwas nach neun weil ich weiß nicht was youtube da geändert hat irgendwas mit hd stand da ich bin da noch nicht so ganz hinter gestiegen und deswegen wenn wir jetzt mal ganz flugs starten denn ich bleibe natürlich so lange wach bis ich dieses video online stellen kann und in der zeit wo das dann alles hoch fährt werde ich noch die produkte in den shop einpflegen denn da sind sie noch nicht drin also wir starten mit ja wie sollte es auch anders sein ich konnte nicht widerstehen ich kann ja meine etc bastler nicht vernachlässigen denn ja das thema diesmal ist magie alles was so magisch ist magisch ist aber sehr sehr groß sehr sehr umfangreich ob da zählen feen dazu da zählen drachen dazu da gibt es so viel das sind die hexen und so und ich musste mich jetzt ein bisschen reduzieren und habe mir deswegen für dieses special das thema zauberei genommen das habe ich ja in dem letzten shop update schon angekündigt das wird aber nicht alles sein in dem bereich magie da wird noch mehr kommen aber ich denke mal immer mal so wieder da kommen noch andere themen wo ich ein special gerne machen möchte denn auch ich möchte irgendwann mal wieder anfangen zu basteln und auch mit diesen sachen die ich da so fabriziere so da haben wir als allererstes den zauberwald 2 ja es ist ein magischer bogen ich hoffe ihr könnt ihn gut sehen ich habe jetzt hier mal noch vorsichtshalber ein großen bogen man hatte mir den tipp gegeben ich soll da irgendwas drunter legen wenn ich das richtig verstanden habe aber ich denke mal ihr könnt ihn gut erkennen das ist zauberwald zwei auch wieder neun karten also das ist praktisch eben halt ein bogen der komplett mit neun stück und eine zehnte gibt es von mir kostenlos dazu ja und auf so ein zauberwald da muss ja was rauf da da müssen ja weil es ist ja ist ja ein zauberwald da müssen ja wesen sein und deswegen kommen hier die glaube zauber schüler ja die zauber schüler haben wir da hier das sind 20 stück den ein oder anderen werdet ihr vielleicht wieder erkennen der war in dem set der zauberer oder der magier das ist dieser hier dieser der hier der hier und der hier oben alle anderen sind neu das zedugi hatte ich ja rausgenommen und das sind jetzt 20 zauber schüler die auch eine ltc karte wunderbar aufpassen und jetzt nehmen wir mal den bogen hier und auch hier passen sie eben halt rauf vielleicht sind sie doch noch ein bisschen zu groß ich weiß es nicht aber das ist eben teil ein etc karten set aber ich denke mal ihr seid so fantasievoll dass ihr damit auf jeden fall was anfangen könnt ja ich komme jetzt wieder ein bisschen näher damit ihr sie von nahen noch bestaunen könnt ich hoffe das ist scharf genug ich halte jetzt hier mal mein sabbel nicht dass ihr euch wundert warum ist es denn so still nein mir ist nicht die stimme versagt ich wollte die kleinen einfach mal wirken lassen und den in der mitte ja ich denke mal ihr erkennt ihn so ein bisschen jedenfalls so und da seht ihr natürlich auch schon den zweiten ltc bogen und das ist der verzauberte weg ich hoffe der gefällt euch auch ich bin gespannt was ihr dazu sagt auch hier sind das wieder neun identische plus eine die es von mir im teilt gibt und ja auf so einem verzauberten weg da gehört auch jemand drauf zb so ein magier denn hier haben wir hier haben wir der große magus das ist ein magier das sind diesmal zehn standsteile also zehn magier mit denen ihr schöne tolle dinge veranstalten könnt auch hier komme ich wieder ein bisschen näher so ich denke mal so konnte man sie ganz gut erkennen und dann gehen wir auch schon in den junk journal bereich hier haben wir die zauberschule watercaller ja watercaller hat sein grund weil naja lasst euch überraschen faktum ist ich habe hier einmal die zauberschule in a4 und einmal die zauberschule in a5 und ich zeige euch jetzt einfach mal die zauberschule in a5 weil es für mich einfacher ist diese ist in weiß also auf weißem papier gedruckt einfärben das weiß ich das könnt ihr wunderbar und auch hier stelle ich mir so vor wie hier ganz viele ja vielleicht feen oder was auch immer rumschwören also ich denke mal ihr habt da ganz viel fantasie hier haben wir ein design mit ja bogen und sauber hüten das tut mir leid wenn ich heute nicht so gesprächig bin aber ja ich bin wirklich ehrlich ich bin wirklich ganz schön kaputt das sind sechs seiten wer mit gezielt hat der wusste es jetzt und das gibt es natürlich wie gesagt auch in a4 120 gramm auf weiß so bei so einer zauberschule das muss ich hier mal gucken wo ich meine blätter habe also hier wo wo ich meine das habe ich auch wo habe ich die hülle von dem nächsten set wo ist die hülle von meinem nächsten ach so hier ist doch ja jetzt kommen wir zu einem sehr großen stanztest und auch das gibt es in weiß denn es ist auf diesem 200er 10er cardstock gedruckt und geschnitten und das nennt sich auch die zauberschule und da haben wir ganz viele schöne unterschiedliche standsteile das ist wirklich in erster linie für alben und karten bastler dann haben wir hier die berühmte brille dann haben wir hier ein paar tränke dann haben wir hier ein magier ein buch aber ganz viele bücher und auch ein hexenbesen damals das berüchtigte auto also ich habe schon versucht hier so das eine oder andere aufzugreifen ich muss eben halt immer gucken dass ich hier nicht anstoße und euch nicht schon spoiler was das nächste thema betrifft so da haben wir jetzt kann ich mich hier besser konzentrieren ist mir nämlich das letzte mal schon aufgefallen dass ich wenn ich das diese seite also den bogen hier hoch nehme dass ich euch dann meistens schon spoiler will ich ja nicht so der euch überraschen lassen so das ist die zauberschule das sind 19 stanzteile ja und ein tier fehlte da drauf das hat da leider keinen platz mehr gehabt also habe ich mir gedacht mache ich ein ach doch guckt mal das hat sich versteckt denn nichtsdestotrotz wollte ich ein porträt karten bogen wieder machen und das ist die eule im mondschein und das sind sage und schräbe neun unterschiedliche jetzt muss man gucken dass ich das hier gerade euch in die kamera halte die sind alle diesmal so ein bisschen blau braun angehalten angehaucht das ist auch auf 210 und ich finde es sehr fasziniert ich finde dieses kräftiger wie mein anderes 210 aber ja so ist das manchmal unterschiedlicher hersteller unterschiedliche haptik ja das sind wie gesagt die zauber eulen aber mit dem titel eulen im monschein mich krabbelts und das nach dem duschen so ich weiß aber dass ganz viele ja eher so dem vintage angehaucht sind also die mögen mehr diese warmen töne und deswegen gibt es jetzt hier weil wir waren ja gerade beim thema eulen gibt es jetzt hier eulen post ja bei der eulen post die ist so groß und umfangreich da muss ich mal gucken wie ich euch das jetzt hier am besten zeige damit ihr so da sehe ich nämlich was ich in die kamera halte damals zum beispiel ein pult wo man eben teilt das dann schreibt das tut mir sehr leid dass ich das nicht in cremefarbenen cardstock anbieten kann aber ja wie das enthält manchmal so ist ich werde mal hier ein paar rüber holen und dann kann ich euch nämlich die anderen komplett zeigen so geht das jetzt mal den jetzt noch hier hin denn das ist ja nur eine von den eulen die dabei ist sekunde muss ich erst mal schnell wieder das da drunter abdecken weil sonst kann ich mich nämlich nicht konzentrieren aber ich denke mal sie kommen trotzdem auch wenn sie auf weiß gedruckt sind kommen sie doch recht vintage rüber der look ist dann doch recht gut rausgekommen da ist auch wieder die berüchtigte brille und diesmal sieht man in der brille sogar das zauberschloss da haben wir wieder ein magier der darf ja nicht fehlen da haben wir ein tintenfass hier haben wir ein der eine post schreibt für die eule ja und da haben wir also vier eulen sind insgesamt drinnen und hier haben eine stärkung genauso wie hier licht darf auch nicht fehlen also bei einer eulenposten brauchen wir ja auch licht war und auch briefumschläge also ich habe schon versucht das untersprechende hut der der unterstützt eben halt damit auch wirklich das richtige drinsteht ja ich hoffe euch gefällt dieses set genauso wie mir die werde ich aber noch gleich damit rüberlegen nicht dass sie mir nachher fehlen so und jetzt brauchen wir natürlich auch ja wie soll ich das sagen stärkung habe ich ja eben schon mal angedeutet wenn man so am schreiben ist und so und deswegen gibt es jetzt hier eine a5 papier und das gibt es auch nur in a5 mit zaubertränke ja denn man kann ja als post auch zaubertränke versenden und dann mal ich werde mal was ausprobieren so dass ich das hier abdecke sekunde jetzt gehe ich hier noch mal ein stückchen wieder runter damit die komplette seite drauf ist so müsste das eigentlich ganz gut klappen ja seit zwei das ist auch recht farbenfroh und trotzdem sehr vintage angehaucht wenn es natürlich ganz ganz viele stimmen gibt für a4 dann wisst ihr ja in die kommentare reinschreiben dann mache ich das natürlich auch noch mal im a4 format aber ich dachte zehn seiten das hat ja auch immer ein bisschen was mit dem preis zu tun dass zehn seiten zu viel sind weil die großen sets die ich teilweise erstellt habe ja vielleicht lag es aber auch an den motiven das kann natürlich auch sein dass euch sowas dann eben doch eher anspricht das weiß ich natürlich nicht das werde ich an eurer reaktion merken so da haben wir die nächste seite und da haben wir die zehnte seite also ich finde ein richtig tolles gelungenes set ich weiß jetzt nicht ob man das auch als kartenaufleger benutzen kann aber ich dachte man dachte mir das kann man wirklich wunderbar in ein journal mit einarbeiten und so als gimmick oder wie man das nennt von daher musste das sein und es gibt ja nicht nur nette magier es gibt ja auch welche die ja die sind schon ein bisschen schräg drauf und deswegen kommen wir jetzt hier zu dem set dunkle magier bei dem set ist es natürlich total cool dass es auch weiß ist weil da kommt das so richtig cool rüber klar wenn man das dann noch ein irgend sieht das wahrscheinlich genauso gut aus aber ich finde dieses set einfach nur hammer von den grafiken her das thema ist jetzt nicht so meins ich stehe nicht so auf die dunkle seite oder auf der dunklen seite aber ja bei dem set gibt es gleich noch eine besonderheit die sage ich euch gleich noch aber erstmal zeige ich euch die einzelnen grafiken es dreht sich um dieses teil um dieses teil und dieses teil das ist dann in eurer post spiegelverkehrt ja weil ich habe es nicht mehr geschafft das set nochmal zu schneiden habe dann aber als ich das cover hierfür schon erstellt hatte gemerkt dass die hier alle schon nach links gucken und ich wollte natürlich auch ein paar grafiken bei haben die nach rechts gucken und habe mich dann für dieses dieses und dieses hier unten entschieden und nur dass ihr das schon mal wisst und euch nicht wundert wenn ihr das nachher im internet seht vielleicht fällt es euch auch gar nicht auf aber ich wollte es eben halt im vorfeld erwähnen nicht dass jemand sagt ja im video sah das ganz anders aus weil diese drei hier auf meinem probe exemplar nicht gespiegelt sind ja nur damit ihr da drauf achtet oder besser gesagt dass euch das eben halt klar ist diese drei gucken nach rechts Leute ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie ich gespannt bin was ihr dazu sagt so und ja so eine dunkle magia so heißt nämlich auch das set die dunklen magia das kann man zweideutig sehen einmal weil die grafik eben dunkel ist oder aber weil das keine sehr netten menschen sind das überlasse ich jedem selber für mich war es wegen den grafiken ist ja klar aber so und die schreiben ja auch bücher und deswegen kommt jetzt buch der magie 1 das ist wieder ein junk journal papier dieses ist jetzt hier auf a4 ähm momentan liegt es auch nur im a4 vor es sei denn ihr wollt das unbedingt auch als a5 haben ähm ich werde das mal jetzt oder kann ich das noch ein stück so kann ich das hochheben ach Hilfe ich breche mir hier meine finger so da haben wir Nummer 1 da haben wir Nummer 2 hier ist irgendwas in englisch zu farben geschrieben ich weiß nicht was da steht ich hatte auch nicht die zeit das nochmal zu übersetzen aber ich denke mal da wird einfach nur die Bedeutung von Farben deutlich gemacht ähm ich kann das ja mal ein bisschen näher in die Kamera halten damit ihr mal kurz lesen könnt was denn da schönes steht also wenn ich das hier so sehe green money luck finanziell also finanzen also grün wird wahrscheinlich mit Geld und Glück und so in Verbindung gebracht und so denke ich mal ist das auch bei den anderen Farben die da aufgelistet sind dann haben wir Seite 3 ich gehe mal wieder ein Stückchen runter damit ihr das sehen könnt hier haben wir auch wieder richtig schön viel Platz zum Schreiben na genauso wie hier bei beim Buch der Buch der Magie ist ja klar da will man sich ja auch Zaubersprüche und sowas reinschreiben also von daher mussten da auch Flächen bei sein die eben halt das möglich machen und dann haben wir nochmal diese Seite hier und wenn ich sage Buch der Magie 1 dann könnt ihr schon mal davon ausgehen es gibt auch ein Buch der Magie 2 und dieses ist dann im A5 Format also auch hier wenn wieder der Bedarf besteht beides nochmal in der entgegengesetzten Größe haben zu wollen dann Info an mich so da haben wir hier dieses halt das ist verkehrt rum so rum wird eher ein Schuh draus glaube ich jedenfalls jedenfalls sieht das hier von der Schrift so ein bisschen aus aber ich denke mal letztendlich spielt das keine große Rolle ach doch war richtig ich habe es nur falschrum äh vorher in der Hand gehabt so da haben wir nochmal 2 dann haben wir hier nochmal 3 aber da die von den Grafiken her ähnlich sind die sind nicht gleich die unterscheiden sich alle die Seiten aber sie sind ja trotzdem ähnlich habe ich mir gedacht mache ich ein großes und ein kleines Set und dann passt es schon aber letztendlich ich höge auf eure Stimmen und füge mich euren Wünschen so und dann gehen wir ja wo gehen wir jetzt hin wir gehen jetzt in die Schule in die Zauberschule und diese liegt wieder in beiden Größen vor einmal im A4 Format und einmal im A5 Format auch hier werde ich wieder das A5 Format zeigen so jetzt zeige ich euch dieses Set das besteht aus 9 Seiten wenn ich bei Seite 8 bin was ich ja weiß ich werde mir nämlich da meinen Finger hin machen dann möchte ich alle die die Angst vor Spinnen haben also die sie eben halt auch nicht am Monitor sehen können kurz weg zu sehen ich gebe dann wieder Entwarnung ich weiß wie das ist wenn man dann auf einmal ja unvorbereitet dieses Tierchen sehen muss deswegen sage ich das so explizit an ich habe es über mich gebracht eigentlich wollte ich die Seite rausnehmen und sie hat sie hier noch reingeschlichen warum auch immer ich hoffe ich habe sie jetzt auch hier drin weil ja sie ist drin Faktum ist nur damit ihr das schon mal wisst hier ist eine Seite bei die hat eine Spinne wer diese Seite nicht haben möchte der kann mir gerne Bescheid sagen bei der Bestellung und dann packe ich ihm eine andere Seite als Double dann eben halt rein ja nur damit ihr schon mal wisst wie ihr dann diese Seite umgehen könnt und trotzdem aber an dieses Set kommt so wir haben Seite 1 dann haben wir hier Seite 2 und ihr werdet auch gleich verstehen warum ich das nicht trennen wollte weil es sind 9 Seiten es ist ein ziemlich umfangreiches Set und ich habe es ja auch in A4 Format und auch da sind es ja 9 Seiten aber ja ich konnte das nicht trennen ich denke mal wenn ihr die Seiten gesehen habt dann wisst ihr auch warum ich hoffe ihr könnt auch alles gut sehen dass das klar genug ist weil ich hätte einfach nicht gewusst wie ich es aufteilen soll und die harmonieren so wunderbar mit den Die Cuts die ich da gemacht habe von daher ja so wir sind jetzt bei Seite 8 ach nee das ist noch nicht Seite 8 sorry jetzt sind wir bei Seite 8 alle die jetzt eben halt Angst vor Spinnen haben gucken bitte weg ich gebe da eine Entwarnung wenn das Set weggeräumt ist so Seite 8 und das ist eben halt Seite 9 nein und ja ich hätte sie auch nicht raus also sie gehört da einfach rein also und das Thema Spinnen ist ja nun mal auch ein jetzt könnt ihr wieder gucken ist ja auch ein Thema bei dem Film um den es da eigentlich geht so und das Ganze gibt es eben halt wie gesagt auch in groß so jetzt schauen wir mal was wir hier drunter haben ja hier kommt ein Set was in der Art und Weise noch nicht existiert hat ich bin gespannt was ihr sagt das ist Zauberwerkzeuge und ihr seht schon bei diesem Set habe ich hier unten mein Cover mit den Angaben zum Set weil ich diese Seite hier noch mit einbringen wollte denn ihr werdet gleich sehen was ich meine bei Seite 2 also hier habt ihr praktisch 4 Motive die ihr aufschneiden könnt und hier ist nämlich die Bewandtnis das sind so coole Motive aber sie sind quadratisch und ich bin gespannt was ihr sagt ob ihr so eine Seite auch gerne wollt ja das heißt ich positioniere diese quadratische Motive und setze hier an der anderen Seite die zum DIN A4 noch fehlt etwas ran entweder so dass man es als komplette Seite verwenden kann oder aber bei anderen Sets wo ich die Möglichkeit habe hier noch Stanzteile zum Selbstaufschneiden mit einzufügen ja also wie gesagt ich wäre da echt sehr verbunden euch wenn ihr mir mal sagen könntet ob das was für euch wäre oder ob das eher too much ist ja das müsste jetzt ein Maß haben Sekunde ich messe euch das mal aus ich habe das glaube ich schon wieder vergessen ja das sind ein bisschen mehr als 20,2 und in der Höhe hat das Motiv auch so 20,2 ja und das ist natürlich klar hier haben wir dann eine Breite von 8,3 oder 8,5 ungefähr 8,5 habe ich hier Brille auf ja 8,5 und ja muss ja sein ist ja ja es ist alles richtig aber die Grafiken es sieht so ein Hammer aus und ich habe auch immer geguckt dass ich hier was ransetze was sich farblich hier so absetzt dass man es eben halt auch gut abschneiden kann ich weiß nicht ob mir das bei allen Seiten so gut gelungen ist mal gucken da haben wir diese Seite da könnte man die Streifen einarbeiten zum Beispiel für einen Bellyband daher wüsste ich auch ganz gerne ob ihr auch Interesse an Bellybandern hättet die dann eben halt auf einen A4 sind zum selbst ausschneiden und wenn ja in welcher Grammatur das wäre richtig cool zu wissen so da haben wir dieses Motiv hier und es sind eben halt hier alles Zauberwerkzeuge drauf und schön Vintage also ja was das hier heißt war ich lasse es lieber ich habe keine Ahnung aber ja deswegen dieses Set ja da bin ich wirklich sehr sehr gespannt auf eure Meinung zu denn ich habe wirklich ganz viele Grafiken die sind aber eben halt im quadratischen Format so und dann kommen wir jetzt zum Schluss und da haben wir jetzt noch mal was was eben halt auch dazu gehört hier haben wir Patronus Hirsch das sind neun unterschiedliche Hirsche und bei den Portrait Karten da gibt es keine zehnte ja also nur so als Hinweis das sind wirklich Portrait Karten die in erster Linie wirklich dazu dienen um für die Junk Journal wer das als LTC Karte benutzen möchte kann es weil es ist dasselbe Maß aber es ist eben halt ein Portrait Bogen weil meistens will man ja irgendwas mit draufsetzen und bei Portrait Bögen gestaltet sich das dann doch etwas schwieriger so ich hoffe ich habe jetzt nicht zu viel gesabbelt und gar nicht darauf geachtet dass ihr das hier alles richtig gut sehen könnt ja meine Lieben wir sind zum Ende gekommen ich bin mega gespannt werde das jetzt hier gleich mir angucken das Video und bearbeiten damit das so schnell wie möglich online gehen kann aber ich denke mal es werden jetzt heute Nacht nicht mehr allzu viele sehen aber das ist auch nicht weiter schlimm es tut mir wirklich leid aber ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft schneller fertig zu werden in diesem Sinne ihr Lieben habt alle ein wundervolles Wochenende ich werde mich in den Keller verziehen und dort aufräumen denn ich muss einen Kellerraum leeren der gehört mir nicht und ich bin sonst immer nicht dazu gekommen und schieben bringt nichts ich muss es ja doch irgendwann machen also denke ich mal werde ich das morgen machen und wenn es nur eine Stunde ist und das jedes Mal so jeden zweiten Tag eine Stunde dann sollte ich das irgendwann auch geschafft haben Jo, also ich wünsche euch was bis dann, euer Kreativfelder Ich wünsche euch das Ganze auf die Kreativfelder die Kreativfelder Vielen Dank.